Stimmt, Kreatur, und nähre die Erde. Ich bin bereit. Die Taka, Mor-Mos, Arion. Die Taka, Mor-Mos, Arion. Was immer ihr wünscht. Ich warte. So, Quick Save. Und ein bisschen hochbuffen wäre keine schlechte Idee. So. Oh Gott, was hat sie da gerufen. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Todestirann. Ich helfe, wo immer ich kann. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Waffe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ich helfe, 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 ich helfe. Okay. Da haut sie wieder ab. Und da ist der nächste Port offen. Und das sollten wir nutzen, um zu heilen. Und zwar benutze ich dann die hier, um zu heilen, wenn ich es schon so viele von denen habe. Okay. Was erwartet uns auf der zweiten Plattform? Eisgolem. Hi, Eis-Trolle. Okay, der war nicht so schlimm. Und ich schlage zu. Gut, nächste Hast. Nächstes Gebet. Quick Save. Okay. Will ich zerstören? Okay, sie portet sich rum. Sie muss wohl was anderes. Schön. Ich muss fließen. Hm. Okay, Lebenskraftentzug. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes. Geschoss. Au. Au. So ein Miststück. Das habe ich jetzt echt nicht kommen gesehen. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Du musst wohl was anderes ausprobieren. Ja, verstanden. Oh Gott, jetzt schwirrt sie auf Palohre. Ja. Ja, ich finde schön, dass es auf die Klingenbarriere wirkt. Oh Gott, ey. Die ist echt anstrengend. Und sie ist nervig. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ich bin bereit. Jo, wupps, jo. Nee. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ach, jetzt mein. Du musst euch zusetzen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Da ist ihre Klingenbarriere weg. Das ist böse. Ich muss wohl... Ja. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Nein, Jaira. Hm. Keine große Herausforderung. Oh, Mann, ey. Ich hatte sie fast. Ich bin bereit. Jo, wupps, jo. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja. Muss wohl was... Oh. Muss... ...sterbt erst mal ihr Viecher. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes aus... Ja, toll. Ja, toll. Jetzt haut sie mich wieder im Nahkampf kaputt, oder? Feuer verhängt das Weißen von euch. Feuer verhängt das Weißen von euch. Das ist echt mies. Was ist... Ernsthaft? Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Das ist bad. Ich warte auf eurem GP. Feuer verhängt den Freunden von euch. Feuer verhängt das Weißen von euch. Feuer verhängt das Weißen von euch. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja, okay, 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 okay. Ernsthaft. Hm, keine große Herausforderung. Ah, Mann. Ich muss sie doch wahrscheinlich nur noch zweimal besiegen, oder? Meine Waffe ist völlig glücklich. Das wirkt euch. Viel stärker Schmerzen als mir. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich muss wohl was. Ja, verstanden. Und ja, ich will halt in diesen. Und ja, ich will halt in diesen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Kannst du mal aufhören, ständig Viecher zu rufen? Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Der Golem hat nicht lang gehalten Besos kann sie mich jetzt gerade nicht im Nachkampf töten Der Golem hat nicht lang gehalten Der Golem hat nicht lang gehalten Der Golem hat nicht lang gehalten Der Golem ist gestorben Es kommt so viel Zeug auf einmal Warum? Ich muss wohl was anderes ausprobieren Wisst ihr was? Haut einfach auf Melisand drauf Gut Wenn ich krepiere jetzt während der Cutscene Das würde mich ankeksen Ähm Okay Okay So wie es aussieht, ist der Schlüssel sich wirklich auf Melissa zu konzentrieren. So. Gut, jetzt sind wir wieder einigermaßen voll. Wir können gucken, was uns auf der letzten Plattform erwartet. Dämonen. Okay, okay, ich habe es kapiert. Ich warte aber gerne. Äh. Was bist du eigentlich? Eigentlich ein Alu-Scheu-Saal. Habt ihr einen Plan? Okay, scheinbar ist es weg. Okay. 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 So, Trinktränke. Du bist voll, Cade, und dir fehlt noch, also trinkst du noch weiter. Der Geist ist willig, mein Freund, aber dieser alte zerschundene Körper verlangt noch ein... So, quicksave. Können wir nicht, wir sind im Endkampf. Leider gerade keine Zeit für Pausen. Du hast keine Gebete mehr, das ist schlecht. Das heißt, du sprichst Jast, du sprichst das Gebet. So, und das sollte hoffentlich reichen. Für den Endkampf. Du hast nichts. Na, ich hab vergessen, Feuchtschutz zu machen. Ich hab ja hoffentlich hier einen quicksave, ja, hab ich. So, jetzt aber. Ihr seid also noch stärker, als ich mir je hätte träumen lassen. So soll es sein, alt euer Schicksal gegen das meine. Lass uns das jetzt einfach einmal zu Ende bringen. Der Sieger, man kostet die Geise. Oh, war nicht so. So. Die Demo in der Natur ist schon nicht.